Jau, da sind wir wieder! Du Arsch! Das war gar nicht geplant. Nein, war überhaupt nicht geplant. Ja, aber da sind wir wieder, genau. Bekanter ist jetzt leider nicht mehr dabei. So ist das Leben. Ich hab letztens irgendwo in den Kommentaren gelesen, geht doch mal im Keller und dann macht ihr das einfach so, dass wenn ihr geradeaus durchgeht oder wie auch immer, ist halt egal in welche Richtung, dass wir da unser Höllentor platzieren, was ich im Grunde genommen eigentlich eine coole Pose für das Tor finde. Und, was mir letztens eingefallen ist, du hattest mich ja gefragt, wo wir die Türen machen. Im Endeffekt finde ich es glaube ich doch besser, wenn wir hier die Türen reinmachen. Ja, aber gut, dann müssen wir hier überall die Türen reinmachen. Ja, aber... Ich glaube ich würde nur hier die Türen machen, weil ja quasi hier dann der direkte Ausgang nach draußen ist. Und wir, wenn wir hier drüben diesen Tunnel oder sowas drüber machen, dass wir dann... Man nennt das auch Brücke und nicht Tunnel. Ja, oder Tunnel, Brücke, Brücke, Tunnel, mach die Tür zu, wenn du reinkommst. Ja... Der letzte macht sich nicht aus. Obsidian, das heißt, wir müssen wohl oder übel dann irgendwann nochmal in den Cave rein. Aber wir können das ja schon mal vorbereiten. Ich hab keine Diamantenspielzacke. Sollen wir das... ...nach links machen, das Tor? Ich dachte gerade aus, haben die doch gerade gesagt, oder? Ja, das war jetzt gerade so... Ich weiß nicht mehr, wie das jetzt geschrieben war. Tja, das kann ich auch nicht. Ich hab auf jeden Fall erstmal was zu essen. Jetzt bin ich gleich wieder mittendrin in der Machung. Ich hab nur noch rohes Fleisch. Dann hol ich mir auch mal was, ne? Ja, dann mach. Äh... Wieso liegt denn hier überhaupt rohes Fleisch drin? Das brauchen wir nicht. Machen wir mal zehn Brot. Reicht erstmal. Hast du noch erstes Essen für mich drin gelassen? Ja, neun Brot. Neun Brot und dann nehm ich noch hier zwei gebraten Fleisch mit oder sowas. Fertig. Ja. Ich... ...fass sagen... Sollen wir irgendwas besonderes machen? Irgendwas... ...cooles oder ähm... ...was besonderes so? Oder sollen wir einfach jetzt nur irgendwie das Hilton Tor hier hinbauen? Ähm... Man kann ja erstmal... Wir müssen auch noch unseren Enchanting Raum, wollten wir hier unten auch noch hinbauen, ne? Ja, den Enchanting Raum würde ich glaube ich sogar ziemlich direkt hier hinbauen. Da würde ich gar nicht mehr noch weitermachen. Da würde ich jetzt hier quasi schon einen Raum anfangen lassen. Aber wir brauchen noch zwei davon. Ach, weißt du, was eigentlich toller ist? Ne, was denn? Wenn man das wirklich alles als Gang lässt. Auch das hier. Und dass man dann hingeht und zum Beispiel... Da rein meinste? Hier jetzt ne Tür reinmacht. Genau, da ruhig auch hingehauen. Dann ist hier ein Raum. Ja. Da haben wir letztens aber schon gesagt, glaube ich. Kann man das hier so schön alles ausbuddeln? Haben wir nicht, aber äh... Ich hab das letztens schon gesagt. Da hast du ja noch nicht zugehört. Wie viel Platz haben wir denn? Ich hör dir nie zu. Drei nach links, drei nach rechts. Da müsste ja dann sogar reichen. Zwei, drei, für was? Für den Enchanting Raum? Ja. Haben wir denn da in der Mitte? Ja klar, haben wir in der Mitte. Klar, wir sind da in der Mitte reingekommen. Die Kohle! Kohle! Die Kohle! Da ist ja mal ne Maus. Du machst den Boden kaputt. Ja, ne, da müssen wir im Prinzip... Ach, klingt doch auf dem Boden schon cool. Können wir das hier eigentlich, oder? Lassen wir ja. Obwohl, das ist auch blöd, weil wir hier überall... Ja, eigentlich müssen Bricks rein. Ja, sind wir uns einig, ich hab eh Bricks mit dabei. Kann man den Boden direkt mit weghacken. Ja. Ja, was ist das denn hier? Ach so! Ja. Was denn? Ne, ich hab mich gerade gefragt, warum hier so ausgehöhlt ist. Weil der vor schon Bau gemacht, das ist ganz einfach. Richtig, und den hab ich aber gelassen, weil ich den herrlich finde. Ja. Ich mach mir hier die Kohle auf der Wand, die kann ich nicht liegen lassen, tut mir leid. Wenn sie einige wundern, was ich hier mitsumme, ich hab Musik an. Hahaha. Bringt den Leuten im Stream jetzt gerade auch nichts? Nein. Denen bringt das nichts, aber den in der Aufnahme hinterher. Wie viel Kohle ist denn eigentlich, ey? So. Da hast du ein Loch gelassen. extra für mich, damit ich mich da reinstellen kann. Hau ab! Hahaha. Wände aus Holz, oder was? Was ist das denn hier? Ach so. Ähm. Ja, dachte ich so. Ich hab kein Holz dabei. Nur ein Loch. Warte mal. Wenn wir jetzt hier reinkommen, dann wollen wir natürlich nicht direkt vor dem Ding entstehen. Wollen wir nicht. Das heißt, dann würde ich sagen, fängt dann... Ich hole mal Holz. Der erste Regal fängt dann hier an, oder? Die müssen wir auch erst noch bauen. Soll ich mal Bücherregal mitbringen, oder hast du die schon unten? Die hattest du, ne, aber die hattest du schon gebaut, ne? 35 Stück hab ich. Oder wir machen hier beide rein. Ne, Quatsch. Aaaaah. Na doch. Na doch, ich würd sagen, wir machen hier beide rein. Einmal einfach nur so ein Crafting Table ohne Regale. Und eins mit, und dann reißen wir das hinterher ohne weg. Ganz ohne Regale, oder was? Ja, wir machen das hier einfach nur... Quatsch, an den müssen wir gar nicht. Wir bauen hier einen ganz normalen Raum hin, als wenn wir das mit Bücherregalen machen. Machen wir ja auch. Aber wir, äh, wenn wir dann so eine Lobby-Verzauberung brauchen, dann reißen wir einfach den Verzauberungstable einmal kurz ab. Und stellen wir das hin. Ja. Aber was mach ich denn hier? Achso, da musst du eh Holz hin, ne? Das ist gar nicht falsch, was ich hier mach. Auf jeden Fall ist es schön dunkel. Ja. Jetzt müssen wir auch noch... Ich müsste da noch meinen Namen, so. Sagen wir mal, der... Ich weiß gar nicht, wie groß das sein muss mit den ganzen Bücherregalen. Ja, ich hab mir gerade überlegt, der Bücherregal fängt einfach hier an. Ich guck gleich. Das heißt, da, da steht der Crafting-Table. Wat? Also dein Holzblock hier, da muss ein Bücherregal hin, ja? Achso. Aber dann rennst du ja auf dem Bücherregal drauf zu, wenn du reinkommst. Ist das schlimm? Ja, ne, da fängt quasi die Reihe an. Oh, ist zu blöd. Achso. Aber man kann auch Treppen da dran machen. Ist egal. Okay, keine Ahnung. Was du mir jetzt sagen willst. Ich weiß es auch nicht. Dann sind wir uns ja einig. Die Decke muss auch weg. Ja, wenn dann alles, ne? Die Decke aus Holz oder aus was? Ja, haben wir hier zumindest auch. Ja, dann müssen wir es da auch machen. Sollen wir uns irgendwo anpassen? Im Keller, da hausen Mitchell und Razamuun. Mhm. Beschwerd über meine Singkünste bitte jetzt. An. Warum hast du da einen Block stehen lassen da oben? War das Absicht? Weiß ich nicht. Ich würde dich ärgern. Ich störe mich in keinster Weise. Boah. Boah, da scheiß Dinge da bitte. So warst du da jetzt eigentlich schon dahin? Du bist so wahnsinnig. Wieso? So, wenn jetzt hier... Warte, lass mal die Kacke hier einsammeln. Das steht nur da oben rum, um dich zu ärgern. Ich weiß. Geh weg! Warum gehst du hier immer in die Löcher rein? Ich bin da runtergefallen. Es tut mir leid. So, jetzt lass mal was stehen hier. Geh mal weg. So. Lass das einfach mal da stehen. Was soll das jetzt sein? Das ist der Enchanting-Table. Ja, sieht ja fast so aus. Ja, der sieht da ziemlich ähnlich aus. Einfach nur, weil der orientierungslose, orientierungslos Mitchell irgendwo eine Orientierung braucht. Damit er dann weiß, okay, wir müssen jetzt nicht noch weiter rumbuddeln. Das wäre jetzt für ne Best. Was auch immer. Da muss drumherum immer einen frei bleiben, ne? Ja, richtig. Deswegen... Das hat ja so schon... Das brauche ich hier das Ding ab. So. Kannst du zuhauen, wo du willst. Das bringt ja alles nichts. Okay, mal gucken. Ich hab dir gesagt, das bringt ja alles nichts. Wo bist du eigentlich da hinten? Warum ist das so... Ja, ist jetzt gut. Ist ja gut. Reicht! Jetzt ist's gut. Nein! Ich will das letzte Wort haben. Wie groß willst du das noch bauen dahinten? Ich weiß, wie das muss. Das ist zu groß. In Ruhe. Guck doch erstmal. Wenn hier der Entscheidendentable ist. Dann ist da, wo du jetzt gerade bist, die letzte Bücherei, oder? Ja. Und was ist dahinter noch viel Platz dann? Weiß ich nicht. Holz. Ja, aber noch nicht zwei Reihen oder drei Reihen. Ja, warte mal. Da ist ja schon, hast ja schon recht. Dann machen wir hier. Ich geh in die Ecke, der kann nicht planen, der Kerl. Und das, selbst das holst du noch eins so weit. Ja. Weil die Bücherregale ja nicht zwingend direkt an der Wand sein müssen. Ist das richtig? Müssen sie nicht, ne. Weil das nämlich kacke aussieht. So. Ist das herrlich? Ne. Weiß, aber das kann man zumindest so... Ey! Was machst du denn hier? Du haust mich die ganze Zeit immer bei deinen komischen Fuscharbeiten da. Fuscharbeiten? Du wolltest den Boden stehen lassen. Was laberst du denn? Ich buddel da weg, ich mach den Boden. Ich hab gleich Hände. Ist das schon weg? Kannst du noch deinen Boden doch. Boah ey. Was willst du? Ah, ich hab noch. Boah, richtig gut. Gefällt mir. So, ich mach dir eine Chartendentable. Ich werde gleich bestimmt irgendwie so einen komischen Geistesblitz kriegen und wissen, wie man den den Boden baut. Auf dem Weg dahin. Soll ich dir helfen? Nein. Da guck ich mir an, was du versuchst. Okay, wir brauchen vier Diamanten. Vier Diamanten. Haben wir. So, ab jetzt fährt das auf. Obsidian brauchen wir eh, ne? Ja, ob sie Diamanten brauchen wir. Diamanten wieder zurück tun. Tu mal den Stein weg. Und dann geht das jetzt ab in den Cave. Wie Diamanten haben wir denn noch? Sieben. Ja, wieso sind jetzt hier Treppen drinne? Krass da aus. Mach ich mir ne Eisenspitzhacke? Ne Diamantenspitzhacke? Dann haben wir noch genau vier übrig. Wird eng, ne? Ich mein, da reicht ganz genau. Weil ich hab immer keine Diamantenspitzhacke mehr. Ja, mach da. Ich hab immer noch keine Diamantenspitzhacke mehr. Ja, ich sag mal, ich gehe davon aus, dass wir wohl eh dann neue finden. Pff, du bist ja optimistisch, du. Mhm. Performance. Balance. Ja, das ist Power Saber. Ich würde sagen, wir warten noch drei Minuten, bis wir da runter gehen, aber... Wieso drei Minuten? Ne, ist egal. Hast du ein Ding jetzt angemacht? Ja, genau. Deswegen sag ich ja, dann hätten wir genau in der... Würden wir in der neuen Folge damit anfangen. Eigentlich sind es noch vier Minuten. Ach, ist egal. Komm, legen wir uns einfach schlafen gehen und in die Höhle irgendwo. Ich verstehe dein Problem nicht. Ich hab kein Problem. Hast du ein Problem? Du hast ein Problem. Alter, hast du ein Problem? Ja, und das ist rot-schwarz. Und grau um die Augen. Guck mir nicht so an. Bisschen Holz mit. Guck mir nicht so an. Das ist der automatische Angug-Effekt. Der kommt so... Wo ist denn Glas eigentlich? Wo kommt denn... Ich fragte aber und stehe da vor. Wo brauchst du jetzt Glas? Bücher. Über Werkzeug rein, ne? Äh... Haben wir da noch Eimer drin? Ich nehme mal so einen Wassereimer mit. Oh, wir haben Lava-Eimer. Cool. Da hab ich letztens irgendwann mal geholt. Glaub ich zumindest. Hier ist Home. Hier haben wir am Anfang unseren Home-Punkt hingesetzt. Seht ihr den? Da ist er. Da. Da ist er. Da. 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 Was werden wir denn alles noch brauchen? Fackeln kann ich mir noch genug machen. Ich hab halt noch Holz mit. Und ein Crafting-Table hab ich mit. Ähm... Wir müssen bald mal wieder für essen. Wieso haben wir so wenig Essen? Ne, du kannst grad so viel gefressen letztes Mal, wenn sie hier war. Boah, Alter. Die ist ja am Weg gestecken, ey. Mit dem Essen. Du musst überlegen, wir haben letztes Mal 8 Folgen aufgenommen und keiner hat für Essen gesorgt. In der Zeit. Ja, schön. Aber ich hab auch selber nicht viel gegessen. So gut wie gar nichts. Wo haben wir denn die ganze andere Kacke? Ah. Was hast du denn? Gut. Weil mit neuem Brot fühl ich mich irgendwie voll unwohl, wenn wir jetzt losgehen. Haben wir einen Punkt gesetzt? Haben wir nicht. Nimm doch die Äpfel mit. Warum? Nimm dir die Äpfel mit. Nimm dir doch die Äpfel mit. Nimm dir doch die Äpfel mit. Nimm dir doch die Äpfel mit. Hab ich gemacht. So, jetzt gehen wir schlafen und dann geht los. Na gut. Nacht lieber Mitchell. Halt am Maul. Hör auf. Ich seh was du machst. Du hattest schon wieder die... Ne? Das ist damit ich meinen Ständer dabei habe. Mhm. Hier sind übrigens Bücherregale. Die können wir noch benutzen. Na egal. So. In welche Richtung laufen wir denn? Am besten irgendwo wo wir noch nicht waren. Wir waren letztens nach Nordwesten gelaufen. Da kommen wir auch zu diesem blöden Dorf. Laufen wir nach Nordost. Ich würd sagen, wir laufen jetzt einfach mal nach Westen. Einfach nach Osten. Wir lassen einfach nach Osten. Was ist denn mit Nordwesten? Ne, Osten ist doof. Da war ich schon. Na Osten laufen wir auch wieder im Dorf vorbei. Laufen wir einfach mal nach Norden. Okay. Einfach nach Norden. Gironimo! Also ich seh dich noch, ne? Aber das ändert sich ja eh noch. Du bist ja unten irgendwo, ja. Also ich würd ja auch fast sagen, wir laufen gar nicht so weit. Ich buddel gleich einfach wieder irgendwo runter, ey. Ja, lass uns aber wenigstens ein Stück gehen. Sonst sind wir gleich in den gleichen Käfer, die wir hier unten schon kennen. Weißt du? Ja, ja. Wieso bist du so schnell? Weil ich laufe. Da hinten sind ganz viele Creeper. Da müsste eine Höhle sein. Du hast hier Urin wieder. Wir haben gerade gepackt. Guck mal, hier ist die Höhle. Wo denn? Ich hab hier ein Cave bei mir. Ja warte, hier ist ein Creeper. Der will mich grad ein bisschen ärgern. Warte mal, wenn wir dann schon... Ja, höchst. Ähm. Komm, du... Schicken. Gib mir deine Wings. Wo bist du denn? Ach, da. Okay. Hier war jetzt ein Loch. Da. Kohle. Hä? Wo hast du denn hier ein Loch gesehen? Wo bist du denn jetzt? Meister. Ich seh deinen Namen. Da. Ich hab den Arsch. Da ist nicht die ganze Kohle hier ab. Wir haben eh genug Kohle. Ne, haben wir eben nicht. Haben wir doch. Haben wir nicht. Oh, herrlich.